Mimikresonanz Haben Sie schon mal den Begriff Mimikresonanz gehört? Mimikresonanz ist die Fähigkeit, die Gefühlsausbrüche eines Menschen im feinstofflichen Bereich seiner Mimik erkennen zu können. Das Ganze basiert auf den Erkenntnissen des amerikanischen Psychologen Paul Ekman, der herausgefunden hat, dass in allen Völkern dieser Erde, in allen Nationen, in allen Kulturkreisen die sieben Grundemotionen von allen Menschen gleich mimisch dargestellt werden. Trauer Ekel Verachtung Die Freude Der Ärger Die Überraschung Die Angst Und obwohl das so ist, gelingt es vielen Menschen nicht, diese sieben Grundemotionen tatsächlich auf Abruf auch in ihr Gesicht zu zaubern. Dabei macht es aber sehr viel Sinn, über die entsprechenden Fähigkeiten zu verfügen. Das können Sie trainieren, das ist wie Muskeltraining. Da geht es um 19 große Gesichtsmuskeln, die Sie gezielt ansprechen können. Und der Vorteil ist, wenn Sie es wirklich drauf haben, dann können Sie im günstigsten Fall die entsprechende Mimik in Ihrem Vis-à-Vis auslösen, im Sinne der Mimikresonanz. Und das überträgt sich dann irgendwann auch auf die Stimmung Ihres Vis-à-Vis.